Wer gewinnt? Köln gegen Dortmund in der Elfmeter-Challenge. Dortmund beginnt mit Haaland und der erste Schuss ist gleich drin. Der zweite geht fast in den Knick und der dritte ist auch drin. 3-0 Dortmund. Anthony Modest legt nach und verkürzt. 3-1. Auch der zweite ist drin. Und der dritte ganz schön frech. 3-3. Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht?